Musik Der 20. September 1963, nachmittags. Der Feuerdienst ist beendet. Die 85 mm Batterie Elsner rückt ein. Eine alltägliche Aufgabe ist erfüllt. Ruhe, Freizeit, alle denken an den morgigen Tag. Im Dienstplan steht, 21. September, 6 Uhr, 25 Kilometer Marsch. Wie werden die Genossen bestehen? Sind auch die scheinbaren Nebensächlichkeiten bedacht? Was bleibt noch zu tun? Zwei Stunden später. Der Batteriechef, Hauptmann Elsner, will seine Unteroffiziere noch einmal selbst erfahren lassen, wie sehr das kleinste Versäumnis auf dem morgigen Marsch zur drückenden Last werden kann. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Auf! Hinten! Auf! Was soll'n das? Wir wissen doch, worauf's morgen ankommt. Ja, Hauptmann Elsner weiß, dass sie wissen, aber er sagt sich, auch der beste Unteroffizier wird nur dann die richtigen Forderungen an seine Soldaten stellen, wenn er solche Erfahrungen weitergibt, die er am eigenen Leibe verspürt hat. Die wichtigste Erfahrung ist, im militärischen Leben gibt es keine Nebensächlichkeiten. Und der Offizier Spindler, vortritt. Geert, schauen Sie sich mal den Sitz seiner Schutzplane an. Das heißt, im Ernstfall wäre er bei einem chemischen Überfall nicht in der Lage, sich zu schützen. Und der Offizier Pospich hat jetzt verstanden, was diese Ausbildung sollte. Und der Offizier Stöber, Ihr Tragegurt ist zu locker. Wenige Minuten im Gelände haben es ans Licht gebracht. Lockere Riemen und Tragegurte, Rutschendes Sturmgepäck, eine verlorene Schutzplane. Morgen darf es das nicht geben. In Auswertung der Ausbildung und der Erkenntnisse, die Sie jetzt am eigenen Leib gewonnen haben, haben Sie noch heute den Sitz und die Befestigung der Ausrüstungsgegenstände Ihrer Soldaten zu überprüfen. Herr Hengig, Frau E. Lohenz, zeigen Sie mir Ihren Teil 1. So, wir werden den Sitz, Teil 1 überprüfen. Frau E. Lohenz, und hier ein Gehälter sehen. Sehr gut. Ja, fertig. So. Na, nicht? Gut gekriegt? Hier ist etwas zu locker, wir müssen noch nach. Ja, für uns wieder raus. Ja. Schützplan ist auch in Ordnung, bloß etwas Streffer, das ist das Nebnis, da schnallt sie unten, dann lass ich mal auf. So, sie müssen sich auch noch Splinde besorgen, ja. Schützplan, dann lassen wir sie. Schützplan ist auch in Ordnung, ganz klar. Das Schuhwerk ist bei allen in Ordnung, ja. Die letzten Mengen werden beseitigt. Die Ausrüstung ist in Ordnung. An den Sachen gibt es nichts mehr auszusetzen. Aber haben alle Genossen auch begriffen, warum die Vorgesetzten, scheinbar kleinlich, an jedem Riemchen zupfen? Ist auch Ordnung in den Köpfen? Zum Marschieren braucht der Soldat nicht nur zwei Beine. Hauptmann Elsner sorgt für politisches Marschgepäck. Er liest aus Alexander Becks Buch, die Volokolamska Chaussee, das Kapitel der Tabakmarsch. Ich werde nicht alle Einzelheiten über die Ausbildung der Soldaten erzählen. Nur über einen Marsch will ich sprechen, der in der bis jetzt noch ungeschriebenen Bataillonschronik der Tabakmarsch heißt. Es waren etwa sieben oder acht Tage vergangen, seitdem ich das Bataillon übernommen hatte. Wir waren schon ausgerüstet. Wir übten uns im Schießen, lernten robben, marschieren, im Sprung vorgehen und uns verschanzen. Eines Abends bekamen wir den Befehl, im Morgengrauen aufbrechen, 50 Kilometer bis zu einem Kennzeichen im Flusstal marschieren, dort nächtigen und gegen Abend des nächsten Tages den Rückmarsch antreten. Die Soldaten bereiteten sich auf den Marsch vor. Legten sich frühzeitig schlafen und noch vor Sonnenaufgang stand das Bataillon marschbereit. Einer, der nie Soldat war, wäre sicherlich von der Truppe beeindruckt gewesen. Die Reihen waren gut ausgerichtet, an den Karabinern blinkten neue Bayonette, die Soldaten standen wie ein Mann in voller Ausrüstung mit eingerollten Mänteln, mit Schutzmasken und Feldspaten in grünlichen, nicht verblassten Hüllen, mit Stahlhelmen, die am Rucksack befestigt waren. An den Koppeln hingen Handgranaten und schwere Patronentaschen. Bei vielen schien mir die Patronentasche besonders schwer zu sein. Sie zog das Koppel übermäßig tief herunter. Ich sah lose, eingerollte, wulstig überstehende Mäntel, Rucksäcke mit nicht festgespannten Tragriemen, Brotbeutel, die auf dem Bauch hingen. Nur wenige Soldaten zeichneten sich durch wirklich soldatische Korrektheit aus. Unter ihnen war Kurbatov. Ich rief ihn aus der Reihe und sagte, Genossen, hier steht ein Gruppenführer, der sich so ausgerüstet hat, wie es sich für einen Soldaten gehört. Ihm wird der Marsch leichter fallen als anderen. Seht nur her, wie bei ihm alles sitzt, wie festgezogen die Riemen sind. Ich habe euch das 20 Mal erklärt und gezeigt, aber ihr versteht es trotzdem nicht. Wahrscheinlich ist meine Sprache nicht hart genug. Ich werde nun nicht mehr reden, sondern überlasse dies euren Mänteln, euren Spaten, euren Rucksäcken. Mögen sie mit euch reden. Ihr glaubt, sie hätten keine Zunge. Sie haben eine, eine schärfere als die meine. Soldat Garkuscher zu mir. Der immer lächelnde, stupsnasige Garkuscher lief herbei. Der Brotbeutel rutschte nach vorn und pendelte beim Laufen. Marsch fertig? Marsch fertig, Genosse Bataillonskommandeur. Stell dich neben Kurbatov. Soldat Galupsov zu mir. Galupsovs eingerollter Mantel war so dick, dass er ihm fast ins Genick rutschte. Der Rucksack hing nicht auf dem Rücken, sondern tief im Kreuz. Marsch fertig? Marsch fertig, Genosse Bataillonskommandeur. Stell dich neben Garkuscher. Nachdem ich zehn Soldaten vorgerufen hatte, an denen alles besonders augenfällig baumelte, stellte ich sie an die Spitze der Kolonne. Bataillon stillgestanden, rechts um, im Gleichschritt Marsch. Es ging los. Ich blieb an der Spitze und beobachtete die zehn Soldaten. Garkuscher rückte fortwährend seinen Brotbeutel zur Seite, der ihm gegen die Beine schlug. Galupsov wollte die Mantelrolle wegschieben, da die groben Stichelhaare des Mantelstoffes seinen Hals scheuerten. Einem dritten war der Feldspaten hinderlich. Im Gehen versuchten sie, sich zu helfen. Nach einer knappen halben Stunde streckte Garkuscher den Bauch vor, um dem Beutel einen Hals zu geben. Galupsov wand den Hals hin und her. Auch der Rucksack begann ihn zu stören. So marschierten wir sechs Kilometer. Dann befahl ich eine Raste. Wieder wies ich auf den Soldaten Kurbatow. Dann rief ich, Garkuscher zu mir. Gebückt flief er herbei. Im Zug lachte man. Nun, Garkuscher, melde. Marsch fertig. Er schwieg düster. Hat dein Brotbeutel mit dir gesprochen? Jawohl. Nun, dann erzähle mal den anderen, was er zu dir gesagt hat. Er schwieg. Erzähle nur, geniere dich nicht. Was ist da zu erzählen? Unser einer glaubt Worten nicht. Na, denkt man, wenn wir erst mal angreifen. Und, hast du angegriffen? Ich nicht, aber der Beutel. Und Garkuscher stieß einen Fluch aus, den man nicht zu Papier bringen kann. Nachdem er sein Herz auf diese Weise erleichtert hatte, lachte er. Ich rief Kalupshoff. Schwitzend und mit rot geriebenem Hals kam er. Nun, seht mal hierher, Genossen. Hat deine Mantelrolle mit dir gesprochen? Und der Rucksack auch? Erzähl, was sie dir beigebracht haben. So berichteten alle, einer nach dem anderen, wie sie von ihren Sachen geplagt worden waren. Dann sagte ich, wer hat es also schwer, wenn der Mantel zu dick gerollt ist, wenn der Brotbeutel nicht an der richtigen Stelle ist? Der Soldat oder der Bataillonskommandeur? Der Soldat. Ich habe euch das 20 Mal erklärt. Aber ihr habt wahrscheinlich gedacht, in Gottes Namen tun wir es ihm zugefallen, damit er uns nichts anhaben kann. Und habt es irgendwie gemacht. Doch nun stellt sich heraus, dass es nicht ihm zugefallen, sondern euch zugefallen befohlen wurde. Manchem haben die toten Gegenstände das jetzt beigebracht. Niemand wollte noch mit den Dingen reden. Alle hatten begriffen. Die letzten Meter. Die Haltung der Genossen strafft sich. Ihr Schritt wird fester. Die Gesichter sagen, es war nicht einfach. Für keinen. Aber wir haben es geschafft. Keiner ist zurückgeblieben. Ein Buch ist mitmarschiert. Mit dem gefreiten Kaufmann hat das Sturmgepäck gesprochen. Kanonier Sachse sah es und nahm ihm sein Gepäck ab. Du bist mitmarschiert. Gute Soldaten sind ausmarschiert, bessere sind zurückgekehrt. Das ist nicht mit dem Zollstock messbar, doch alle spüren es. Und das bleibt ihnen. Der Staub lässt sich abwaschen. Untertitelung des ZDF, 2020